Ich kriege dich, du Bastard! Ich kriege dich, du Bastard! Wie verfolgst du? Ein Heli? Oder... Nein! Achso, kein Heli, okay. Sehr gut, ich muss mich aber nicht so anstreuen deswegen. Alter, was mach ich dir doch! Er ist aber abgestürzt. Danke. Er ist definitiv abgestürzt. Rebellen sollten eigentlich nicht so schwer bewachtet sein. Verstanden, Walters? Unsere Leute arbeiten jetzt dran. Am Schluss ist der alte Typ, der noch gelebt hat. Das wird, ey. Wie eine Karte. Mission, ja. Schön. Aber wenigstens muss man hier nicht lesen. Hä? Wie? Lesen? Ich hab nix. Ich hab nix gesagt. Ich hab nix gesagt. Ich hab nix gesagt. Ich hab nix gesagt. Die Analyse von Fragmenten aus der Prinz Faisal Air Base hat ergeben, dass russische Cruise Missiles vom Typ KH-16 zum Einsatz kam. Natürlich streitet die russische Regierung die Beteiligung am Anschlag ab. Der Geheimdienst wird mit uns zusammenarbeiten, um die Verantwortlichen zu finden. Berichtete ein FSB-Topagent, dass ein afrikanischer Waffenschmuggler namens Ahmed Faridi in engem Kontakt zu hochrangigen Rebellenführern gestanden hat. Die Russen halten Faridi für den Mittelsmann, der die Rebellen mit neuen Waffen versorgt hat. Laut FSB hat ihr Agent Faridis Organisation infiltriert und kann das gesamte Schmugglernetzwerk enttarnen. Wir werden mit einer Drohne weitere Informationen sammeln und Ziele für einen möglichen Luftschlag ausmachen. Ey. Riecht das Bild ja auch mittendrin ab? Nö. Dann wieder schießen. Öh. Wollt ihr Searider, wir haben sie. Sehr gut. Ich erst ziehe mein großes Lagerhaus bei meiner Position. Dort ist Faridis Büro. Verstanden, Wolfhound. Bereithalten. Okay Hunter, finden und markieren wir das Gebäude. Da ist es. Mit Infrarotstrahl markiert. Okay. Gebäude markiert, Wolfhound. Was jetzt? Bleiben Sie in meiner Nähe. Wir gehen zu Faridis Haus. Er macht bald eine Runde durch die Stadt, um seine Operationen zu übertreffen, bevor er in sein Büro geht. Wir folgen ihm. Mal sehen, was wir herausfinden können. Sie sollten doch Faridis Netzwerk infiltrieren. Wurde ich. Aber ich bin aufgeflogen. Faridi wurde gewarnt. Seine russischen Lieferanten haben auf jeden Fall hervorragende Verbindungen. Das ist ein großes Risiko, Wolfhound. Wenn Faridis Männer sie sehen, werden sie sofort erschossen. Faridis Leute sind Amateure. Sie machen mir keine Sorgen. Seine russischen Kontakte wurden schulden mich. Ich bin erst zufrieden, wenn ich weiß, wer sie sind. Aber Onkel, wieso musst du hier nicht lesen? Inwiefern... Meinst du das? Da musst du doch bei eins auch nicht, oder? Du hast auch ständig abgewechselt und mit lesen, du Nase. Ach das, ach das meinst du? Ach so, ja, stimmt. Bleiben Sie dran, Seer Rider. Faridi ruft seine Leute für gewöhnlich aus dem Auto an, während er seine Runde macht. Fangen Sie die Anrufe ab und seine ganze Organisation fliegt auf. Verstanden, Wolfhound. Bleiben Sie in der Nähe, Hunter. Sobald Faridi einen Anruf macht, will ich es wissen. Hattet ihr das Bild über dem Ziel? Sie sind zu weit entfernt und sind zurück. Ja, ist er gut. Gut, kümmert euch um die Kischen. Sie müssen bei Sonnenortgang verladen sein. Ich mach das. Gut. Sie, Reiter. Wissen Sie schon, wen er angerufen hat? Moment, Koordinaten werden angezeigt. Das ist also Farid's Waffenslager. Suchen Sie nach einem großen L-förmigen Gebäude in der Gegend. Okay. Okay, Hunter. Verfolgung abbrechen und das Gebäude markieren. L. Ach, da. Sehr gut, Hunter. Gebäude mit Strahl markieren. Das Gebäude ist markiert, Rache. Wo sind Sie? Ich aktiviere mein Signal. Okay, Hunter. Zurück über Faridis Fahrzeug. Mal sehen, was wir noch herausfinden. Ich sehe nichts. Ich sehe nur Rauch. Ja? Ich bin es. Sind die Raketen angekommen? Die Stimme kenne ich. Das ist das Schwein, das mich gefoltert hat. Sie sind alle eingetroffen. 20 Werfer. SAA sind das Beste, was die Russen haben. Wir verlieren das Signal. Zurück. Sie werden heute früh geliefert. Was sind wir in anderen Waffen? Sie sind bald hier. Das ist alles, was ich weiß. Okay. Hast du gesagt, dass Geld keine Rolle spielt? Wir fallen in jedem Preis. Sie wissen das. Sag Bescheid, wenn Sie sich melden. Meine Leute warten. Das ist ein Riesenfang. Der Kerl muss ein hoher Rebellenführer sein. Alter. Wohlfern kennen Sie die Koordinaten? Das ist unser Ambassador. Suchen Sie nach einem großen Schiff, sowas wie ein Frachter. Verstanden. Okay, Hunter. Mal sehen, was wir finden. Hm. Da. Okay, Wolfhound. Wir haben das Ziel. Wir kommen zurück. Das wird ja alles ein bisschen einfach gemacht, ne, finde ich. Ein bisschen zu einfach alles. Wolfhound, hier Sea Rider. Was ist los? Sehen wir im Geschäftstreffen aus? Hier arbeiten viele auf irgendeine Weise für Faridi. Wir können leider nicht hören, was Sie sagen. Wissen Sie, was da vor sich geht? Ich kenne diese Männer. Das sind Waffenhändler, die für Faridi arbeiten. Sie liefern den Rebellen möglicherweise billiger Waffen und Munition. Ich schicke Ihnen die Koordinaten Ihrer Stützpunkte. Sie befinden sich in ungebauten Bürogebäuden in zwei verschiedenen Teilen der Stadt. Suchen Sie nach zwei hohen umförmigen Gebäuden. Verstanden, Wolfhound. Wir sind dran. Überall blinkt es hier in der ganzen Stadt. Ziele markiert, Wolfhound. Sind auf dem Rückweg. Äh... Wolfhound, was ist los? Sie wollen jeden verwirren, der Ihnen nachspionieren könnte. Haben Sie uns bemerkt? Glaube ich nicht. Sie sind nur paranoid. Welche ist Faridi? Da, ich sehe Sie. Hier. Der Pfeifer hat mich gerade angerufen. Er möchte wissen, wann seine spezielle Lieferung kommt. Sagen Sie mir zu den Gedulden. Wir reden viel nicht von einer Kiesa-Agassin. Wirklich, diese Dinge brauchen Zeit. Er sagt jetzt, wie keine Rolle. Um Geld geht es nicht. Die Lieferung braucht ihre Zeit. Verstanden? Ja, okay, habe verstanden. Gut. Wo kam der Anruf her? Na. Ah, unten an den Docks. Womit ich noch ein Schiff? Das sind die Typen, nach denen ich gesucht habe. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Okay. Wolf-Foundier-Z-Rider, Sie hatten recht, es ist ein Frafter. Sieht nach äthiopischer Registrierung aus. Danke, ich hoffe, wenn wir fertig sind. Wie? Ja, ja, das ist halt nur so ein, so ein Guck-Mission. Nun? Ja, ey, ohne Mist. Das machen wir doch selber, wenn wir das ständig schießen, das Ding. Na ja, du musst mal raussuchen, dann siehst du, wo es blinkt. Können wir irgendwas tun? Sie können tatsächlich etwas tun. Es wird bald hell, vor dem die Spots werden sicher Straßensperren errichten, die darf nicht angehalten werden. So, losfliegen und die Straßensperren mit einem Infarrot. Oh, jetzt kommt noch mehr. Gebt mir das genug Zeit, um sie zu fahren. Okay, Wolfgang, sind dran. Los geht's, ich bin direkt hinter ihnen. Ist ja nicht schlecht gemacht hier, so eine Art Spionage-Missionen, aber... Weiß nicht. Blink, blink, blink. Markieren sie alle Straßensperren. Äh... Kommt nur eine. Oh, da kommt ein Auto. Wir haben so viel markiert, ich weiß gar nicht. Ah, da. Da? Da ist noch eine. Boah, Alter, das ganze Ding ist hier abgesperrt. Alter. Sie müssen sie beeilen. Richtiges als habe. Sobald Faridis-Netzwerk... Sobald Faridis-Netzwerk... ...werden Sie das Netzwerk stilllegen und untertauen. Sie haben nur bis Sonnenaufgang Zeit, um einen Luftschlag zu starten. Neben den Siedeln, die Sie markiert haben, finden Sie noch andere Teile von Faridis-Netzwerk innerhalb der Stadt. Ich stelle die Koordinaten für Sie zusammen und markiere Ihren Sehpunkt, um den Angriff optimal vorzubereiten. Ohoho, die blinkende Stadt. Gehen Sie alle Straßensperren? Äh... Ich sehe jetzt keine mehr. Tut mir leid. Nicht doof? Gute, ne? Ehh... Ähh... Hallo? Vielleicht hast du ja einen vergessen, ich weiß es nicht. Ach ne. Danke für die Unterstützung, Sirella! Den Rest schaffe ich alleine. Bereiten Sie ihre Flugzeuge vor! Sie müssen sich beeilen! Searider bestätigt, Wolfhound, viel Glück. Hunter, die Drohne schnell zurück zum Träger fliegen. Wir sprechen mit dem Käpt'n, wir lassen einen Jäger starten. Endlich wieder Action hier. Ach du Scheiße.